Ja. Wir haben den Namen vergessen. Für den ist immer Party. Ushi. Ushi. Warte, da ist Puss. Naaah. Da war Puss. Shinobu, Ito, wir sind zurück. Äh, was ist mit Ito? Vielleicht hat die... vielleicht hat Mushu einfach nur ein... 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 Wer ist Mushu? Äh, Mu. Mumu. Ushi. Ushi. Vielleicht hat Ushi einfach nur ein Defizit. Er muss sich verhaftet werden. Jel... Jel... Jelen. Ne? Ja. Aber er ist nicht in any serious danger. So, don't worry. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? Oh, mein Gesicht schon wieder. Hat man wieder gesehen. Uuuum. They found the fantastic compass. The previous owner left a message inside and... From the looks of it... There really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot. This isn't over yet. Listen to me. Just now I tried channeling my power into the fantastic compass and it responded. I'll do it. Na, lass mich raten. Wir müssen... Wir müssen all uns... Wir müssen... Äh... Nicht wahr, Eike? Wir müssen... Ne? Nimm nichts an. Nimm nichts an. Okay, dann... Ach komm. Äh... Es darf keine Vermutungen geben? Okay. Aber all das war, was aktivieren die Rekord von als der Seel gegründet wurde. Genau, aber das Problem war nicht mit dem Kompass, sondern mit dem Method. Remember was das Buch sagt? Wenn Mortal- und Adepti-Powers sind kombiniert, kann man die Heavens und sich die Erde bewegen. Nur wenn ein Mortal- und ein Adeptus kombiniert ihre Kompass, kann der Fantastik-Kompass werden vollständig aktiviert. Ich bin ein Mix von Human und Adeptus, so der Fakt, dass der Fantastik-Kompass mir reagiert, zeigt, dass der System noch funktioniert. Na, aber das war ein Zufall, nicht wahr? Interessant. So, das war, was durch deine Kopfhörer ging. Sie sind wiedergebracht. Ja, es ist wieder fast ausgerutscht. Okay. Und Yenfer kann es nur zur Hälfte benutzen, weil sie halt nur halb-halb ist. So, ein Adeptus und ein Mensch müssen ihre Kraft gleichzeitig anzunehmen? Das hat sie auch gerade erzählt. Ja, wenn meine Gäste richtig ist, dann, wenn beide euch eure volle Kraft in den Fantastik-Kompass setzen, sollten wir ihn komplett reaktivieren, vielleicht sogar reaktivieren. Die letzte Mal war es, um die Intersektion zwischen diesem Ort und dem Kasm zu reaktivieren. Wenn wir ihn reaktivieren können, dann sind wir zu Hause frei. Dann können wir ja froh sein, dass der Kompass die kaputt gemacht wurde, oder, Eike? Awesome. So, es gibt noch Hilfe? Ja. Du bist sicher. Deine Idee scheint rechtlich. Okay. Also, lass uns alle einen kurzen Freude nehmen. Wir geben das Ding ein Mal, wenn wir bereit sind. Nachdem sich alle ausguthaben. Ich dachte, die Leute müssen nicht müde werden. Oh, Mann. Ich bin so nervös. Keine Angst, es wird funktionieren. Ja, wird es schon. Natürlich, sonst, äh, so gehen wir ja nicht mehr raus hier. Bla, 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 bla. Xiao, wie geht's? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh, aber, Yenfei, es gibt eine Sache, die du sich mentalerweise für dich vorbereiten musst. Hm? Ich bin sicher, dass du wahrscheinlich nicht die Fantastik-Kompass auskennen kannst. Von dem ich kann sagen, alles in diesem Domain ist der resulte von disorderten Spacetime-Memorien. Wir alle kamen hier für verschiedene Worte. Und alles, was hier passiert ist in response zu unseren eigenen Imaginations und Konjunktur. Terrifying, aber auch ein Miracle. Dieses Raum. Well, es ist mehr als nur ein Raum. Eine kreative Form vom, äh, Gefängnis, nicht wahr? Also, according to the history of the Chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Ich erinnere mich, dass es außerhalb des Raums eine riesige Schlange gab. Ja, Kamria. Oh. Ja, ich war da auch. Huh? Warte einen Moment. Es war du, der den Eirung schockte? Pimer hat das jetzt nicht mitbekommen, was? Oder, Eike? Ja, schmunt sie. Wer noch dachte, es war? Der Kristall grüft die Schlange an. Hängt das mit dem Bodenrissen zusammen? Das Snake ist wahrscheinlich ein Remnant von Konrions-Zivilisation. Und Kristall sind sehr effektiv gegen sie. Möglicherweise könnte die Schlange auch durch Kristalle angetrieben werden. Und deswegen reagiert sie darauf. Wenn es so ist, ich bin sehr entschuldig, alle. Ich bin sehr, 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 sehr. Nein, nein, du hast nur versucht, uns zu helfen und zu lösen das Problem. Du hast definitiv nicht geantwortet, was passiert. Wenn du so. Du kannst fast liken dieses Bizarre-Spiel zu, wie ein Leben, der sich alle Fälle verletzt und uns verletzt. Jeder wir hier gesehen haben, und alle die Weg wir hier geredet haben, hat alles begonnen zu existieren 500 Jahre früher. Ein Zeitparadoption, sozusagen. Vielleicht war es unser aller Wunsch. Aber wir wussten doch gar nicht, dass das Ding überhaupt existiert. Vielleicht war es. Aber vielleicht gibt es noch eine andere Grund. Deine unglaublich starken Verzweiflung zu deiner Suche. Es ist ein Schade, dass wir deine Familie nicht finden können. Aber wenn sie hier waren, wäre ich sicher, dass sie nichts mehr wollen, als zu sehen, dass du dich von diesem Ort geschehen worden bist. Ja. Ja. Achso, also ist das Ding erschienen, weil wir etwas suchen. Ich muss sagen, es ist mir nicht interessiert, wie wir alle zusammengekommen sind. Wenn das ist, Feit, dann holen wir es in unsere Hände und drehen es sich um. Lass den Boss zu Ushi und mir. Wir sind bereit. Reiseur, schau dir Paimon. Yenfei, du musst dich näher kommen, wenn das Zeitpunkt kommt. Ja, du solltest sehr näher kommen. Natürlich. In Ordnung. Hm. Er hat es schon wieder gemacht. Ah. Stars align. Bestow your light. Evil purged by Thunder's might. Spirit curbed. Pneuma surge. By dictum divine. Heed these words. Do as I command. Do as I command. Ah-ha. The Fantastic Compass is an amplifier. Maintain this energy level and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. Oh shit, sie kommen. Die Mentoren? Die Mentoren? Watch out! This trip may be dangerous, yet you insist on going I have guarded this place for several hundred years Only to seek the nameless Yaksha do I request your approval Feuerball! Feuerball! Und Schluss durchsitz mit dem Steinhardt Schwert Ok, da kommt was Großes Oh shit, oh shit, oh shit Oh shit, oh shit, oh shit Das ist Hexstar Vielleicht sollte jeder mal unterstützen Nein 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 Hm 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 Die, die eigentlich von den Gefährchenort kommen, Bart ruhen sich alle aus Ja Ich dachte, ich dachte, du wirst hinterlassen werden Ich bin so glücklich, dass du okay bist, das war verrückt Nein Nicht direkt Ich bin so glücklich, dass ich nicht direkt war, ich dachte mir schon, nein, Mihojo wollte doch kein Charaktererlos, äh, Charaktererlos werden wollen, äh, verlieren wollen Oh, das, da hast du Honkai Impact noch nicht gespielt, da sterben einige, ja, sogar das Ebenbild zu, ähm, das Ebenbild zu Joemiya ist gestorben, beim Anblick, den sie am meisten liebt, ein Feuerwerk Aber Honkai Impact und Genshin, und Genshin ist aber schon, äh, zwei Paar Schuhe oder nicht? Selbstverständlich, aber du kennst das ja. Die Leute sind, ähm, ja. Die Leute sind, ja. Ach Gott. Ach Gott, kann Genshin nicht so aussehen. Ähm, naja, vielleicht kommt ja irgendwann das große, fette Grafik-Update. Ne? Okay, äh, Glück gehabt. Achso, ja. Hm. Hm. Ich weiß, was du denkst, aber... Warum ich mich da auch noch rauf? Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. Uushi ist immer Party. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for... Hm. So schnell geschlebt. Ja, das war ein Sekunde zu früh. Nein. Ich konnte das nicht auf meiner Kraft alleine alleine machen. Danke auch dir, Jelan. Don't mention it. Übrigens, Jelans Sprecherin, die Englische, ist die Sprecherin von, ähm, dieser Fuchsdame aus League of Legends. Okay, ich hätte jetzt gesagt, jetzt... Oh, daher kenne ich sie, aber da ich League of Legends nur, ähm, auszugsweise kenne. Wobei, diese eine Zeitdreckserie soll ja sehr gut sein, nicht wahr? Es sieht aus, dass alle auszugsbekommen sind, aber ihr alle seht ziemlich auszugsbekommen. Rest auf. Es ist keine Zeitdreckserie, Entschuldigung, ich weiß. Wie ist sie nochmal, Eike? Wie egal, weiter. Ach, naja, du weißt schon, was ich meine. Als nächstes, ich will die Bereich für irgendeine ungewöhnliche Aktivität checken. Wir gehen hier, ich schau die ganze Zeit jetzt hinterher. Sie ist gut. Paima nicht überhaupt nicht, dass Sie vielen Dank sagen können. Vielleicht Jelan glaubt wirklich nicht, dass sie eine Beitrag gemacht hat. Es scheint, sie hat sich überzeugt, dass Xiao uns alle erinnert hat. Insofern sie. Und sie weiß nicht, was zu sagen. Es ist gut, aufgeschlossen zu bleiben. Äh, bullfucker. Hab ich schon fast wieder vergessen? Äh, vielleicht? Ja, der Emperor ist ein... Kau? Kau, fucker. Oh, oh, yes. Ich lebe wie ein Rock. Oh, gute Zeiten. Hm? Uh, was machst du? Was geht's? Warum schaust du mich so? Hast du keine Angst? Mhm, mhm. Wir haben auch keine Zeit mehr. Oh, ich auch nicht. Oh, ich kann hier gar nicht gehen. Ich bin auch hungrig, Senpai. Wieso gehen wir direkt hin? Paimon, auch! Paimon will auch kommen! Paimon, wir haben noch etwas zu tun. Haben wir das? Oh, gut. Okay, ich versuche, ich werde deine Freunde von Inazuma gut beziehen. Geh es schnell, okay? Ja, viel Spaß. Oh, warte. Yelon ist bereits. Ich würde sie zu Tee trinken. Aber ich nehme das, dass wir kalt sind. Ich ergruht. Oh, das ist sehr tiefsinnig. Oh, ja? Ist das richtig? Wow. Okay. Ich lasse ihn wissen. Traveller? Flying Lavendermelon? Ushi hat ein paar Worte, die er möchte, dass du ihm für ihn passen würdest. Äh? Was? Was? Oh, ich will das hören. Ich auch. Halt mich rein. Ito übersetzt, was Ushi gerade zu allen gesagt hat. Good idea. Let's do that. Gut. Ja. Paimon, never would have guessed, that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? A bull by its cover. Ja. Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha. Just leave it to us. Alright. Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh, yeah! Grub time! See you next time. Uh. Jau! You're finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. Why weren't you just saying goodbye to our friends? Hm. You're still here. Yeah, too soon we're not there. I saw the two Inazumans leave with Yenfei, Heading towards Liyue Harbor Aren't you going with them Hmm I figured as much I've checked the area nothing strikes me as out of the ordinary Looks like this chapter has come to a close now. I just need to take care of the confidentiality issues Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut For their own sex We got it, we got it We make sure they don't say anything Please don't hurt them Oh You figured me out, huh? Alright, I'll quit pulling your leg Everyone really rose to the occasion this time I won't ever forget what we went through Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep Maybe so deep that no one can be allowed to know Also, I think someone helped us out at the last minute They did a good deed of course, but Somehow I couldn't tell anything about them Somehow I couldn't tell anything about them It must have been someone of great importance Anyway, these questions will have to wait for another time I have some follow-up work to do and reports to make So it's back to Liyue Harbor for me See you when I see you Bye, Yeiwan! Äh, nun denn Schauen wir noch mal ein bisschen hinterher Hm, 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 hm Geht er uns jetzt zu dem Ort, wo die Yakshas zum Sterben hingehen, oder wie? Los ab zum Pervesias Tempel Pervesias Tempel? Da, wo wir immer die Erze farmen Und wo wir den Pempel neu aufbauen mussten Und wo wir den Abyss Mage unten in der Höhle mal platt machen Betruggeuse Tempel